Liga! Alter! Alter, was ist denn falsch mit den Leuten? Weiß ich nicht, ich hab zu viel Geld. Ich werde durch den Raum geschmissen. Zufällig. Jei jei jei. Schön, dass wir alle nur doof rumstehen. Ach, wir sind nicht hier. Hä? Wir sind nicht oben? Bis gehen. Ach, ich trete keine Drohne. Guck mal. Die Lichtscheiße. Naja, egal. Ich hab nix. Hilfe! Digga, wir haben Pelle hier, Junge. Wand fertig! Ich hab nix. Ich hab nix. Die Artela ist aktiv. Tür verbarrikadiert. Was macht ihr da? Hilfe, da ist jemand. Oh Gott. Oh oh. Ich glaub es brennt bei euch. Scheiß drauf. Von wo ist er denn beschossen? Also hier. Und Bock ist oben. Kali ist am Fenster. Für Asami baut sich ne richtige Burg hier, Alter. Achtung. Komm durch. Ey, was war denn da so orange? War was orange? Ey, bei mir halt nicht so orange. Ne, wir flötzen vor der Kamera, Alter. Ganz komisch. Und wie kommt die jetzt da wieder raus? Ja, einfach kaputt machen. Platziert! Platziert! Die weiß schon, dass da nicht die Bombe ist, ne? Ach, was macht die denn da? Ah, Pascal sitzt in dieser Kamera. Ja, da! Ach, Junge! Mann, 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 Mann. Aaaaaahhhh. Schön. Könnte aber auch mal jemand anderes spielen, ne? Pascal? Hä? Mir ist egal. Ich bin mit allen gleich schlecht. Du kommst natürlich auch sehen. Meine Nase kitzelt immer noch. Hiiii. Ja. Hahaha. Hört sich nur gut. Aber einer Woche an der selben Stelle da oben. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Nachladen! Warte, was geil da noch nicht? Gar nichts zu machen. Soll ich mir nen Headshot kassieren? Hahaha. Was sollst du? Ich muss nen Headshot kassieren. Wenn ich die Wand einmal wieder zumache. Hä? Äh. Dann würd ich nicht riskieren. Mh. Mh. Aber was macht das denn hier für'n Sinn? Mh. Die Gegner haben eine Bombe zu localisieren und auf feindliche Aktionen vorbereiten. Mh. Mh. Die Gegner haben eine Bombe zu localisieren und auf feindliche Aktionen vorbereiten. Mh. Mh. Das sieht doch eh wieder vom Fenster aus. Oh Gott. Da guckst du ne Millisekunde weg und dann steht er plötzlich einer. Mh. Da kommt dieses Ding jetzt dran. Dieses Mh. Ich muss hier... Wo ist das hin? Wo bist du ihn geholt? Von oben. Ah. Also hier ist ne Kamera. Die spottet. Jetzt kommt... Jetzt ist hier jemand am Fenster. Ein Verbündeter braucht Hilfe. Ist immer noch am Fenster. Alter. Oben wird reingesnipert. Ist das Rhyme oder was? Oh shit. Oh shit. Ach dicker. Uh. Wird schon hinten geholt. Was wird denn? Äh. Äh. Ah jetzt nur dass ich äh... Und der läuft rein. Oh. Schwingt rein. Schwingt rein. Schwingt rein. Rechts. Rechts. Rechts zu lappen. Geht er durch. Ja. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ach Junge. Hörte das mich? Nee. Hä? Was soll der denn hören? Ja. Wie er sich da angst niegt. Das hab ja sogar ich gehört. Achso. Ich dachte wie du das sagst. Ja hab ich auch gedacht. Achso. Nee. Ich wollte den Gegner leider. Schrei noch lauter ins Mikro. Ah Junge. Ich weiß so ein Typ der im Wohnzmonster. Du weißt aber bei seinen Eltern. Mein Gott ey. Könnte ich sein. Nee. 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 Mein Gott. Wer hat er denn? und wo kamen die denn jetzt überall obenseite Die Bombe entdeckt vom Gegner. Die Bombe entdeckt. Setze Schild ein. Achtung, der für Razorbloom. Ah, hier ist... okay. Feind suche läuft. Muss nachladen. Oh je. Das ist Ryan, Alter. Magazin wechsel! Feind gesichtet. Zweiter Stock. Von wo? Ja, von... Da wo markiert ist. Da die Tür rein. Ja. Da ist noch ein Gegner übrig. Lade neues Magazin. Fährt ne Kamera? Ich weiß. Okay. Mitro platziert. Mitro platziert. Mitro... Alle Gegner eliminiert. Was wär ich da unten gestanden, wär ich tot gewesen. Du meinst da oben gestanden? Äh ja, so rum. Hahahaha. Hoppla. Hockala. Hupsel, der See. Sitzen ja eh oben, der bringt das ja gar nix eigentlich. Was? Achso, ja. Pascal, ich brauchte dich gleich einmal um die Lupen aufzumachen oben. Achso. 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren. Also, Mozzie gibt's auch. Ich bin schon wieder hier. Ich bin schon wieder. Ja, die loben ja auch. Ei, 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 ist er. Äh, rechts unten ist er dann auch anders schlimm. Ah ja, hier, Achtung. Ja. Ich bin da. End der verbleibende Gegner. Ich werfe eine Splittergranate. Wo ist der letzte? Boah, das ist ein schöner Killcam. War geil. Und die Wand war vorher nicht kaputt. Nee, ich wusste halt, wo die sitzt von eben. Du hast ja vorher in der Kamera gesehen. Ja, ja. Hacker. Boah, wer hat mir jetzt JLs geklaut? Zum Rund. Pickel. Was macht denn der da jetzt? Wir haben ihn weggenommen. Willst du ihn haben? Was? Willst du ihn haben? Nein. Dann komme ich mal zum Schluss, Doc. Ja, dann, ähm, lass dich mal. Lass mal los. Lass mal los. Lass mal los. Ja. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich glaube, wir haben auch wieder vorn. Ich glaube, wir haben auch wieder vorn. Sie, haltet nach anderen Ausschau. Das Haus. Da wird schon wieder gespawn piekt, glaube ich. Nee, ich habe mir gesagt bekommen. Das ist geil genug hin. Helikow. Seid, eigentlich besser. Die Drohne, die Drohne. Einfach. Ich habe eine Kamera auf der Bombe drauf. Von hier oben drauf geschossen. Wo sind denn die alle, Alter? Da ist eine, die ist wieder rüber. Hier drin. Sonst habe ich keine Ahnung wo die sind. Lass auf. Ja, ja, ich habe es gemerkt. What?! Äh, das halbes Ding runter. Entschärfer wurde zurückgeholt. Da hinten, der Schranker ist da hinten gelbe 3. Oh, ey. Ich habe sie selbst umgebracht. Was, Kai? Eigentlich kannst du rein. Glaub ich, warte oder warte mal. Ja, okay. Oh. Ne, warte, warte, warte. Und wo wurdest du denn jetzt geholt? Im Hausflug. Ich glaube hier irgendwo. Ja, ich glaube hier. Ja? Ne, warte mal. Hast du noch eine Kamera? Kannst du auch eine hier reinschießen? Jan? Kamera an. Okay. Okay, ich gucke für dich. Wer hat denn den Schärfer? Äh. Von wo denn? Wie sollen wir planten, Alter? Ja, okay. Geplanted. Stark. Du musst ihn jetzt nur noch decken. 10 Sekunden. Ja, stark. Eigener Torwartgegner eliminiert. Nice. Da scheinen wir schon wie am Start. Ich finde, ich hab gut getroffen. Vor allem am Ende den Kopf. Das stimmt. So, das sind die bestimmt unten in der Küche. Desmist sólo verraten. Ich bin jetzt noch ein Lads. Naja. Dad, das ist ein Lads. Alles genau. Wir haben hier. Wir sehen, es geht. Wir haben hier. Können Sie bestanden. Wir sind die KrITE. Wir werden hier. Wir müssen eine Bombe aufschmüren. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Das ist das Rock. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Was macht denn die denn da alles weg? Äh, damit die Seelen auf die Reinkommen. Das ist nicht so dumm. Stoppt Drohnen in Einsatz. Ah ja. Ja. Wo bist du? Wieso bist du denn schon weg? Ja, der ist irgendwo hinter ner Theke. Ach, Digga. Oh. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Ja, die muss das acen. Wieso spürt die Trüge? Ja, die Waffe hat so rasend Rückstoß. Ja. Wie macht man das? Was? Ja, kannst du in die Nutella laufen und kurz rum gucken. Das krieg ich doch nicht hin mit dem Controller. Da sind die bestimmt wieder oben. Ja, glaub ich nicht. Weißt du nicht? Ja, aber da will er unten. Das kann auch sein. Haben die da oben einmal gewonnen? Nö. Ja. Ich mach ihn nachher aus, glaub ich. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ja, morgen früh aufstehen, ne? Ja, richtig. So ist es. Achtung, eure Drohne hat sich verorganisiert. Hm. Kann man denn mal spielen. Um B1 wieder. Ja, scheiße. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Gelang zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. in der Bombe. Ja, ich weiß, was ist das. Und wer ist der letzte? Weißen wir das? Ja, das ist das. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, fuck. Was ist das, Motto? Warum geht das denn noch nicht? Dass man sich hier wieder selbst hochholen kann. Ich hab fünf Leben, Alter. Ich hab fünf Leben. Oh. Wieso macht der denn nicht die Frostmatte weg, der Twitch? Alter. Rook. Ja, zu sehen. Er fährt hier mit seiner Twitch drumherum, macht aber nichts weg. Der Schafe ist nicht länger in deinem Besitz. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Eigener Trupp neutralisiert. Ach du Scheiße, was war das denn? Auf geht's. 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 Ja, das war früher Mute Main oder früher. die Bomben sicher dort ein Was? Der mag kein Atem mit? Auch nicht Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Das war... Scheiße. Find ich das wieder? Nö. Hallo. Schön. Ja, da krieg ich halt Minuspunkte. Ja, ich kriege Minuspunkte, weil wenn jemand erst eine Granate wirft, dann ist das Stefanie weg. Ach so. Ja. 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 Oh. 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 Ist da oben jemand? Hat jemand Blick drauf? Pascal? Oh. Was? Montage ist da unten, Alter. Hilfe. Ich bin voll geblendet. Dein Scherfer liegt da unten. Die sind alle schon drinnen, Alter. Alle schon drinnen hier. Ja, natürlich. Ach, die sind alle drei, alle drei drüben, alle drei drüben. Stark. Ach, die sind beschissene. Jawoll. Ja, immer nach drüben. Ist am Fenster noch einer? Ne, hier. Warte, hier. Warte, hier. Warte, hier. Ja, Pascal. Achtung, sie kommt. Katie kommt. Jawoll. Oh, klar! Ja, ja. Wir sind wieder unten. Also da gewinnen. Wir können da nix gegen tun, weil ich nicht weiß was. Ja, das ist durchaus schwierig. Ja, wir haben das ganz probierend. Also kommt der Operator. Was labert der da eigentlich die ganze Zeit? Wollt ihr den? Ich will das nicht wissen. Ich hab ja so'n Toxik-Tüt, der einfach gar nix schnallt. Der ist ja auch von 2002. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ach ne, die müssen jetzt oben sein, weil unten haben sie ja gewonnen. Ja, oben. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, da macht blitzend nicht ganz soviel Sinn. Machen wir hier. Dann geh ich mal ab, dann geh ich mal ab. Dann ist sie weiter unten. Ah ne, jetzt ist sie weg. Am Reloading. WTF. Jetzt haben wir aber nicht ein paar Skalarbeiter oben. Hallo. Ich lade nach. Bereite Aufklärung ohne vor. Brinkladung ist top. Ei, ei, ei. Die ganz oben? Der Schaf ist nicht leer. Natürlich. Sind sie doch gar nicht. Die sind doch gar nicht hier, oder? Ne. Was macht ihr denn da oben? Ja, du hast gesagt, die sind da oben. Ja, oben. Im ersten Stock. Oh. Digga. Steht er ja plötzlich. Ich bin da nur hintergelaufen. Äh. Ich muss aufpassen. Ähm. Solus ist im selben Treppenhaus, glaube ich, genau unter euch. Was macht der Typ? Der kann Elektronik sehen. Weil das was irgendwie Ritterien betrieben ist. Wieso hab ich eigentlich nur noch 22? Oder kriegt man jetzt das gleiche Leben wie der andere? Ja. Stark. Mein erster Kill. Geil. Jawohl. Oh. Das wird ja jetzt weiß. Oh. Da unten rechts hockt einer. Ups, aber. Na ja. Wo ist das eigentlich? Okay. So, war's schön mit euch? Okay. Ich war das aus, weil heute war ich muss morgen, ne? Früh aufstehen, passt der da auch. れてhrändische. Aufstehen, dann rein. Und da kan aber nicht. Ich war das w ocur. Ooh, ich bliappelle. Schöner.